Willkommen beim DSC Arminia, willkommen in der Schilko Arena. Ich begrüße Sie herzlich zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel mit beiden Cheftrainern Lukas Quasniak vom SC Paderborn. Willkommen und natürlich guten Tag unserem Cheftrainer Uwe Koschinert. Lukas, wir sind direkt bei Ihnen. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Wie bewerten Sie die 90 Minuten? Ja, ich habe ja bei der PK gesagt, dass ich ein wildes Spiel erwarte. Das ist genauso eingetreten. Auf der einen Seite, weil wir sehr, sehr schlampig waren mit dem Ball. Wir haben schon auch gewusst, dass wir überwiegend den Ball haben werden, aber wir waren sehr, sehr fahrig. Arminia war gut eingestellt auf unsere Passstaffetten, waren aber vor allem in der Arbeit gegen den Ball echt bodenlos. Genauso kann man das beschreiben. Unser Feld war riesig, wir haben überhaupt keinen Zugriff bekommen, aus jedem Einwurf gefühlt eine Torchance gegen uns dann auch zugelassen. Und es war absolut schmeichelhaft, mit einem Torrückstand in die Halbzeit zu gehen. Das war eigentlich das Beste an der ersten Halbzeit. Ich muss Ihnen echt sagen, wir haben, glaube ich, den besten Präsidenten. Entschuldigung, den Präsidenten hier kenne ich nicht, aber zumindest den, den ich mir vorstellen kann, mit Thomas Sagel. Und der hat sich noch nicht ein einziges Mal in die fußballerischen Belange eingemischt. Aber er hatte heute das Bedürfnis, und so ehrlich muss man auch sein, und völlig zu Recht auch unserem Sportgeschäftsführer mal eine WhatsApp zu schreiben, dass diese Leistung eine Nichtleistung ist. Und genauso habe ich das den Jungs auch eins zu eins weitergegeben. Sie hatten das schon auch gespürt, aber wenn so ein Präsident, so ein wirklich ganz, ganz lieber Mensch sich so ein wenig für die Leistung schämt, dann spricht das Bände. Und genau so sind wir dann aber auch aus der Halbzeit herausgekommen, denn am Ende habe ich die Verantwortung für die Jungs, für die Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Und ich habe denen schon auch so ein wenig die Leviten gelesen, ohne laut zu werden. Sondern klar, die Dinge zu thematisieren. Und dann war es in der zweiten Halbzeit auch deutlich besser, griffiger. Und ja, ich glaube dann schon auch irgendwo verdient, dass wir das 2-2 gemacht haben. Und sicher liegt da der Lucky Punch dann noch irgendwie auf dem Fuß, auf dem Feld bei Dennis Rebeni. Und dennoch, über 90 Minuten gesehen, wäre es absolut vermessen, hier von drei Punkten zu sprechen. Dennoch glaube ich, dass es Mannschaften gibt wie Darmstadt oder Heidenheim, die nicht immer die Besseren gewesen sind in einzelnen Spielen. Aber sie ziehen diese Spiele, und deswegen sind sie ganz, ganz oben. Und wir haben da noch ein wenig Luft. Wir haben immer das Gefühl, wir müssen gute Spiele machen, attraktive Fußball spielen, um Spiele zu gewinnen. Und ich glaube, der nächste Entwicklungsstep wird einfach der sein, dass wir auch mal Spiele dreckig gewinnen können. Und heute wäre das einer gewesen. Aber wie gesagt, es wäre vermessen. Arminia, alles, alles Gute. Jeder weiß auch um meine Vergangenheit, auch wenn sie kurz war. Ich will, dass ihr unbedingt hier drin bleibt, in der 2. Liga. Denn der Verein gehört mindestens in die 2. Liga. Und ich bin absolut überzeugt davon, egal wie, ihr werdet hier drin bleiben. Und wir versuchen, unseren Teil dazu beizutragen, indem wir nächste Woche an Nürnberg schlagen. Vielen Dank erstmal. Wir danken Ihnen. Uwe, wie hast du das Spiel gesehen? Dein Statement, bitte. Ja, ich bin ehrlicherweise ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite empfinde ich schon gerade für die ersten 60 Minuten enorm viel Stolz. Denn die Mannschaft hat, glaube ich, in ganz vielen Teilbereichen tatsächlich so agiert, wie es in einem Spiel gegen den SC Paderborn nötig ist. Wir haben auf der einen Seite, glaube ich, sehr intelligent Räume geschlossen, haben sehr, sehr mutig verteidigt, hatten vor allen Dingen unglaublich gute Momente, wenn wir das Spiel beschleunigen konnten. Und insofern hat Lukas mit Sicherheit recht. Ich glaube, wir hätten zum wiederholten Male, und das ist ja so ein bisschen die Geschichte meiner kurzen Zeit hier, nach 50 Minuten mit Minimum zwei Toren Unterschied führen müssen. Das gibt ja dann mit Sicherheit eine gewisse Ruhe, auch eine andere Abgeklärtheit hinten heraus. Das ist uns dann leider nicht gelungen. Aber in Bezug auf die Inhalte kann ich der Mannschaft da überhaupt keine Vorwürfe machen. Das war sehr, sehr nah an dem, was du in der zweiten Liga benötigst, um eine solch starke Mannschaft wie Paderborn dann auch tatsächlich zu besiegen und auch inhaltlich in vielen Teilbereichen da gut gegen zu halten. Ehrlicherweise muss man sagen, dass wir hinten heraus dann nicht mehr so die klare Strategie hatten, dieses Spiel noch auf unsere Seite zu ziehen. Auf der einen Seite, glaube ich, haben wir gespürt, dass Paderborn auch durch die Wechsel, aber auch durch diese extremen Ballbesitz orientierte Spielweise uns unheimlich bewegt, jederzeit gefährlich ist, hinten heraus auch noch das 3-2 machen kann. Auf der anderen Seite wussten wir natürlich emotional, dass wir selbst irgendwo auf ein drittes Tor gehen müssen. Da müssen wir aber ehrlicherweise sagen, dass dann unheimlich viel Enthusiasmus in der Mannschaft war, das tatsächlich noch zu versuchen, aber dass wir nicht mehr so klar in den Strafraum kamen, dass irgendwo das Tor dann noch auf unserer Seite gelegen hätte. Etwas anders als beispielsweise gegen Fürth. Am Ende bleibt festzuhalten, dass die Mannschaft mit dieser enormen Drucksituation herausragend gut umgeht. Nicht das erste Mal, das war ja auch letzte Woche gegen Kaiserslautern schon der Fall. Insofern mache ich mir überhaupt keine Sorgen um die emotionale Verfassung der Mannschaft. Ich glaube, man kann heute sagen, dass wir wiederholt ein Spiel gemacht haben, in dem wir in Bezug auf das Chancenverhältnis, aber auch auf die Art und Weise, wie wir mit unseren Mitteln hier agiert haben, mehr als auf Augenhöhe waren. Das war auch inhaltlich wieder in vielen Phasen wirklich gut. Und das gibt mir natürlich total viel Kraft für dieses letzte Spiel in Magdeburg. Es ist noch nicht hundertprozentig gesichert, dass man jetzt sagen kann, es liegt komplett in unserer Hand. Auf der anderen Seite ist das Ärgste erstmal abgewendet, nämlich der direkte Abstieg. Und insofern werden wir logisch alle Kraft in dieser Woche auf das Spiel in Magdeburg legen. Morgen mal schauen, was der Spieltag abgerundet ergeben hat. Und dann schauen wir, dass wir in jedem Fall auf den Klassenhalt gehen. Denn nochmal inhaltlich, selbst wenn es am Ende die Relegation wird, kann es keine Zweifel geben. Diese Mannschaft hat richtig Qualität auf den Platz gebracht. Und da gebe ich Lukas recht, dieser Verein gehört mindestens in die zweite Liga. Aber ich glaube, neben diesen Wünschen und der Größe des Klubs ist es auch inhaltlich so, dass wir eine Mannschaft haben, die das schaffen kann. Dankeschön. Uwe, danke sehr. Wenn Sie Fragen haben, bitten wir um ein kurzes Handzeichen. Unser Mitarbeiter Mirko Haase ist dann schnell bei Ihnen, reicht Ihnen ein Mikrofon, damit wir Sie alle gut verstehen können. Vorne in der ersten. Herr Quasenjok, was sagen Sie zur Leistung von Janik Huht? Der war ja nun im Hinspiel eine große Loser. Heute hat er die Mannschaft erstmal im Spiel gehalten. Und zweite Frage, was sagen Sie zu Ihren Fans, die heute vielleicht ein bisschen zu sehr gebrannt haben? Ja, bei Janik überrascht das mich nicht. Er ist ein herausragender Torhüter in der zweiten Liga, vor allem mit der großen Stärke auf der einen Seite. Natürlich mit dem Fuß macht er unser Spiel besser, aber er ist ein herausragender Torhüter, was das 1-1 angeht. Und genau mit diesen Aktionen hat er uns im Spiel gehalten. Dass ihn das Hinspielen nicht beschäftigt hat, habe ich Ihnen schon unter der Woche gesagt. Und ja, was die Fans angeht. Ich weiß, das gehört nicht ins Stadion, aber ich bin Fussballer, Romantiker und ich finde es trotzdem irgendwie ganz cool, wenn da ein bisschen was los ist auf den Tribünen. So ehrlich will ich sein. Ich bin kein Trainer, der hier irgendwas erzählt, was Menschen hören wollen. Ich habe Europapokalspiele des KSC erlebt gegen AS Rom, gegen Valencia. Das muss ich Ihnen echt sagen, das waren die schönsten, die ich hatte als Ballbub. Am Rand unmittelbar vor den Fans und es hat mich geprägt. Natürlich kann jemand zu Schaden kommen und das ist dann unschön. Aber ich will in allererster Linie diese positive Anfeuerung von den Jungs und von den Fans. Die Mädels sind ja auch dabei hervorheben und ich bin happy, dass hier knapp 3.000 vor Ort gewesen sind. Haben Sie noch weitere Fragen? In der ersten Reihe sitzt Jan Ahlers für die neue Westfälische. Hallo Herr Koschiner, können Sie noch mal kurz die Entwicklung von Brian? Lass mich skizzieren, in den vergangenen Wochen und Monaten. Er hat ja heute ein sehr auffälliges Spiel gemacht. Das einzige, was ihm halt einfach abging, war ja die letzte Gefährlichkeit dann vor dem Tor, nach seinem ersten Tor, das er gemacht hat. Er hätte ja alleine drei, vier Tore heute machen können. Er ist ein Spieler, den ich natürlich hier komplett erstmalig kennengelernt habe. Natürlich bist du erstmal unfassbar verblüfft über diese physischen Fähigkeiten, aber auch über diese Geschmeidigkeit, mit der er agiert. In den Gesprächen mit Brian, glaube ich, habe ich relativ schnell eine Bande gefunden, um aber aus meiner Sicht das große Potenzial, was er zusätzlich noch hat, dann tatsächlich auch anzutrainieren, nämlich mit einer gewissen Körperlichkeit zu agieren, also deutlich stärker auch im Gegenspieler zu stehen, sich nicht nur auf seine Geschwindigkeit zu verlassen. Und das hat er wirklich in den letzten Spielen hervorragend auf den Platz gebracht. Er ist torgefährlich nach Standardsituationen, hat auch immer wieder den Kopf irgendwo am Ball, hat eine fantastische Sprungkraft, ein gutes Timing, ist eine neue Note mit Sicherheit. Darüber hinaus agiert er jetzt auch viel häufiger mit dem Rücken zum Tor, intelligenter als er das vorher noch getan hat, sucht den Kontakt, es dann ganz, ganz ekelhaft zu verteidigen. Und dazu bleibt natürlich seine wahnsinnige Geschwindigkeit. Es ist am Ende natürlich schon ein Stück weit ein Drama, dass der heute in vielen Teilbereichen herausragende Spieler dann auch irgendwo derjenige ist, der sich mit Sicherheit die größten Selbstvorwürfe macht, das Spiel heute nicht mehrfach zugemacht zu haben. Aber seine Leistung, die stimmt mich schon sehr, sehr positiv. Und darüber hinaus, wenn du mit Jungs hart arbeitest, dann entdeckst du auf einmal auch Dinge, die der Spieler vielleicht vorher selbst nicht kannte. Wir haben auch tatsächlich nach dem Ausfall von Guy Ramos einfach mal geschaut, ob wir nicht noch einen Spezialisten in Bezug auf Einwürfe im Kader haben. Und Brian mit seinen langen Extremitäten ist da eigentlich geeignet für. Und dann haben wir ein bisschen trainiert und mittlerweile schafft es fast bis zum ersten Pfosten, ersetzt also auch in den Teilbereichen auf eine gewisse Art die torgefährlichen Aktionen von Guy. Und das macht einen dann als Trainer auch immer sehr, sehr froh, wenn ein Spieler bereit ist, sich in der Kürze der Zeit zu verbessern, Dinge anzunehmen, um sein Spiel auch kompletter zu machen. Und da hat Brian mit Sicherheit noch unfassbar viel Luft nach oben, aber in der Kürze der Zeit echt zugelegt. Marc Kracht für das Westfalenblatt in der zweiten Reihe. Herr Kollege hat gerade schon den Torwartfehler aus dem Hinspiel angesprochen. Herr Koschin hat Ihr Torwart heute mal daneben gegriffen. Wie haben Sie die Szene gesehen und kommentieren Sie die? Und was bedeutet das auch für Martin Freisel, der ja eigentlich ein sehr zuverlässiger Rückhalt eigentlich die vergangenen Wochen war? Ja, dass er die Situation analysieren und dann aber auch abhaken muss. Ich glaube, da kann es keine zwei Meinungen zu geben, dass Martin den Ball sichern muss und dann kommt es nicht zu diesem Rebound und zum 2 zu 2. Fällt dann vielleicht auf eine andere Art und Weise, aber eben nicht zu dem Zeitpunkt. Wir müssen uns aber auch Vorwürfe machen, dass wir den Zweikampf da am Strafraum etwas fahrlässig geführt haben. Nicht mit der nötigen Konsequenz wie lange, lange Zeit vorher. Insofern wäre natürlich auch der Schuss am Ende schon vermeidbar gewesen. Und das gehört zu diesem Spiel eben auch dazu, dass Paderborn natürlich schon über sehr, sehr viel individuelle Qualität verfügt. Es ist natürlich dieses gebundene Spiel, es sind diese vielen Positionswechsel, es ist dieser hohe Rhythmus, die sie gehen, aber am Ende auch sehr, sehr viel individuelle Qualität. Das hat man dann in der Situation gesehen. Es ist unglücklich für Martin, es ist unglücklich für uns insgesamt, aber ich denke, dass der Spieler mit seiner Erfahrung und Qualität das selbst am besten analysieren kann. Ich habe keine Wortmeldung mehr gesehen. Ich denke, wir sind durch. Ich bedanke mich bei beiden Trainern, unseren Gästen aus Paderborn. Alles Gute für das letzte Saisonspiel auf die Top-Saison bislang mit 55 Punkten am Ende noch ein bisschen was draufzupacken. Danke Ihnen für das Interesse an unserer Pressekonferenz, wünsche Ihnen allen heute einen guten und vor allem sicheren Heimweg.